Musik Okay, wir gucken unseren ersten Bonus an. Wow, das haben wir ja richtig gut gezogen hier. Linse von Elchawair, wenn wir mit direkten Angriffen treffen, beziehungsweise Krippen, um genau zu sein, dann können wir einen Bonus Arcan Blitz abfeuern. Oder Schriftrolle der Warnung, erhöht die Dauer von Entrinnen, Finte, Mante der Schatten und Verschwinden um eine Sekunde. Boah, da haben sie aber richtig gegönnt. Müssen wir natürlich dran denken, diese Bonus-Effekte klingen zum Teil erstmal lame, vor allem die grünen Arbe, die kann man in der Regel aufsummieren. Und das ist natürlich dann wieder eine geile Geschichte, wenn du dann am Ende hast, Mante der Schatten hält 30 Sekunden länger. Hui, da wäre ich aber voll dabei. Okay, gucken wir mal. Verstohlenheit anwerfen wäre natürlich nicht schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja ne, wir wollen ja ein bisschen Gameplay sehen. Ich bin immer dann in Versuchung geführt von mir selber, ob ich nicht möglicherweise hier durchsneake mit Dudu und Schorke und so. Wir wollen ja ein bisschen gucken, wie das funktioniert, wollen ja ein bisschen gucken. Bam, Knochenstachel für dich und noch einen. Ne, stackt leider nicht, okay. Dann können wir die so ein bisschen verteilen. Ja, und das ist natürlich schon ganz geil, ne. Noch ein Bonus-Dot, wenn die dann kritten, dann haben wir wieder die Chance. Umso mehr Dots, umso mehr verschiedene Krit-Chancen haben wir ja. Das feuert dann wiederum unseren Linsenblitz ab. Also, da sehe ich mich. Oh, und jetzt eine schöne warme Linsensuppe, Freunde. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Von Linsen muss das Rektum grinsen, Leute. Ihr wisst, wie es aussieht. Draconis, 8 Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wo ist denn meine blutrote Fiole? Die würde ich ganz gern hier ein bisschen weiter vor noch ziehen. Weil die benutze ich eigentlich ganz gern. Pass auf, die ziehen wir nicht nur vor, die ziehen wir auch da runter. Sonst ziehe ich mich nämlich selber zeitnah durch den Kakao. Der hat wieder so ein Auge dran. Ja, das stört uns nicht. Pass auf, wir spammen einfach so schnell. Haha! Dass es kein Entkommen gibt. Boom, vergiften mit rein. Da ist auch schon eine Anima-Zelle gedroppt. Jetzt müssen wir hier natürlich durchtabben. Und nahezu allen, Giftwürzen-Prock-Ehre, allen diesen Knochenstacher erstmal reinrammen. Zack, noch einen für dich. Und alle leiden jetzt hier an den Dots. Und ich kann mir meine Fiole mal gönnen. Und dann können wir jetzt eigentlich auch zum Boom-Single-Targeten wieder übergehen. Nach dem Giftgespreade hier. Aber das ist eigentlich ganz geil. Also das ist deutlich einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Es sieht sicherlich alles andere als professionell aus, den Schorken betreffend. Aber wenn sogar so ein Schorken-Noob wie ich das hinbekommt, überall diese Paktfähigkeit zu verteilen und dann die Aufladung im Auge zu behalten, dann ist das ja erstmal ein gutes Zeichen für alle. Aufblähendes Futter. Das wiederum ist ein schlechtes Zeichen für mich. Schlundratten explodieren und verursachen Schaden. Einer der Bonus-Effekte, die ich sag mal aufsummierterweise auch sehr krass sein können. Aber jetzt so im Einzelnen... Dann gib mir lieber was Episches irgendwie, was, keine Ahnung, was Stümmeln immer kritten lässt oder so. Buddy Linsky, zweiter Monat. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay, wir haben hier einiges zu tun auf dieser Ebene. Boah, bei denen bin ich mir jetzt unschlüssig. Du kriegst einen Stachel, du kriegst einen Stachel. Boom, da kommen schon die Nächsten. Dann ziehen wir gleich Mafiole wieder mit rein. Dann kriegst du auch noch einen Stachel. So, und der Dot-Schaden, der hält sich schon in Grenzen, aber der ist halt fucking dauerhaft, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Denn dieser Dot, den wir damit raussetzen, der hält so lange, bis das Ziel stirbt oder, wir verstärken jetzt unser Schild hier durch die Seelen übrigens, oder vollgeheilt wird. Und das wird bei den meisten NPCs hier höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Und darum können wir da richtig schön rein doten. Und gerade bei längeren Bossfights ist das ja einfach nur eine herrliche Sache, ne? Also ich finde das super. Jetzt hast du mir Appetit gemacht, ne? Mit dem Wort Rektum. So sieht's nämlich aus. Hätte gern einen Schwein, ein Schweinkilo, hätte ich fast gesagt. Ein halbes Kilo Schweinearsch, wollte ich natürlich ursprünglich formulieren. Okay, gucken wir mal, wie das hier so wird. Engagen mal rein. Knochenstachel für dich. Ziehen wir noch ein Rinn mit dazu. Ich vertraue unserem Schild zwar, aber so krass dann auch nicht. Und spreaden wir hier ein paar Gifte. Hauen noch ein bisschen zur Häcksel mit rein. So, dann noch ein Stachel für dich hier. Und tappen wir wieder durch. Jetzt wäre so ein Giftfützenprop. Oh, wäre natürlich geil. Und da kommt er. Denn bei dem Gewusel ist auch immer das Problem, liebe Leute. Ihr seht's gerade. Dass wir natürlich dann die fetten Smash-Angriffe von den Großen, die ebenfalls voll in die Fresse bekommen. Und das kann natürlich dann auch sehr schnell sehr, sehr unangenehm werden. Na komm, fall um jetzt. No, nicht noch so ein riesiger Heap. Und da sind zwei Ranges. Fuck, die habe ich gar nicht gesehen. Ih, die habe ich gar nicht mitbekommen. Weißt du, ich hier vorne denke so, wir konzentrieren uns jetzt mal auf unsere Fähigkeiten. Bam, erster AOE-Smash in die Fresse. 50% Leben weg. Dann denke ich, ja, kein Problem. Und da stehen da doch zwei Bogenschützen. Oh Gott, dann essen wir halt was. Von denen lassen wir uns doch hier aber den Run nicht vermiesen. Hör mal, ihr seid jetzt noch fällig. Wie habe ich denn die bitte dazu gepoolt gerade? Wie zum Fick bin ich hier gelaufen, um die beiden mitzubringen? Oder kommt der automatisch mit? Nee. Hä? Was für eine Range. Aber ist schon mal geiler Run, weil die Giftpfütze ist gerade geprockt, bevor 90% der AOE-gepulten Mobs tot waren. Es kommt sehr, sehr selten vor. Monkey D. Tobias. Hallöchen. Atheros, hi. Wie sieht eigentlich dein, euer Start von Shadowlands aus? Direkt beim Serverstart den Login-Knopf spam oder gemütlich gegen Mittag starten? Ähm, nö. Also wir werden auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob alle gnadenlos durchziehen, aber am Start auf jeden Fall sofort loslegen. und dann so lang, wie es geht. Ja, also schon den Spaß erhalten. Ich bin ja jetzt kein Speed-Leveler, ich suche ja jetzt keinen World-First-Rekord und wenn ich dann müde bin und alles ist kacke, dann penne ich halt ein bisschen. Aber, ja, die Betonung liegt auf ein bisschen. Na, da wird schon richtig von Anfang bis Ende quasi durchgesuchtet. Welchen Schorken-Spec spielst du? Ich bin gerade mit Meucheln unterwegs und habe als Paktfähigkeiten die der Necro-Lords ausgewählt. Das ist einmal hier dieser Knochenstachel, das ist ein endloses Dot, den wir auf mehrere Ziele verteilen können. Und die Fleischformung, das ist ein schönes Schild, was wir aufbauen können und was umso stärker wird, umso mehr Essenzen von toten Gegnern wir damit reinpumpen. Großartige Sache. Hier ist zumindest mal eine Animazelle, das ist schön. Die habe ich nämlich schon vermisst, deswegen habe ich diesen Raum doch überhaupt gekleert gerade, keine gedroppt. Aber jetzt, 300 Phantasma oder Hinterhalt wendet Blutung mit einem Kombo-Punkt an. Klingt erstmal lame, aber ist auch wieder ein Zusatz-Dot und auf diesem Zusatz-Dot, ja, kann man dann wieder aufbauen mit unserer Linse zum Beispiel, dass wenn die Sachen kritten, wobei das waren nur direkte Angriffe, ne. Ach, schade, da greift dann diese Dot-Mechanik nicht, aber bei vielen anderen ähnlichen Bonus-Effekten könnte es dann so sein. Darum ist auch so eine Zusatz-Blutung, wenn auch nicht an sich, aber als Auslöser erstmal recht eine interessante Sache. Wir nehmen trotzdem die 300 Phantasma in der Hoffnung, dass wir dann beim nächsten Händler richtig geil shoppen können. Das wäre nice. Morzis, Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Mitternacht geht's los, zumindest mal reingucken. Ja, kann halt auch sein, dass es ganz schlimm wird, aber wir hoffen natürlich das Beste, ne. Wir hoffen natürlich, dass wir die zusätzliche Zeit jetzt genutzt haben, um ein zweites WOD in dieser Hinsicht zu verhindern. Und ja, deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Junge, aber hör mal, wenn wir uns unsere Arcan-Blitze hier angucken bei manchen Engages, und da schon wieder, Junge. Ah, beim Schorken, klar, mit diesen direkten Angriffen, wenn wir dann zwei Häckseln noch mit reinwerfen, noch ein bisschen Attack-Speed pushen, Junge, dann kommt das natürlich super häufig. Da können wir ja auf die Dots auch wirklich kacken bei so vielen hier. Zack, schon wieder. Zack, Junge. Das ist einfach... Sag mal, zwei Mobs, drei Blitze, was ist das denn? Kann ich den Blitz mitnehmen zum Lotto spielen, oder kann er mir einen Tipp geben? Das ist ja heftig. Habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt beim Schorken. Aber ja, wenn man dann schnell zuschlägt, ne? Schön alle mit zwei Einhändern hier, leckere Sache. So, Blutung, Knochenstachel, CD mit drauf, zack, dann ziehen wir noch zwei Hexe hin, dass hier auch schön noch die Blitze dazu kommen. Ja, und dann hauen wir dich um, würde ich sagen, ne? Vergiften mit rein, da fliegen die Blitze, zack, und da ist sie, die Giftpfütze, pünktlich, wenn der Mob tot ist. Ich habe sie schon vermisst. Bonuszelle, oh, oh, muss jetzt sehr geil gewesen sein für die Leute, die diesen Bonus nicht direkt erkannt haben. Wir haben jetzt gedacht, ich steppe spontan auf Lego. Instabiles Fleisch. Fleischformung, also unser Schild, hält nur 15 Sekunden lang an, aber, wenn der Effekt aufgebraucht wird oder abläuft, fügt eine Explosion allen Gegnern in der Nähe 200% des ursprünglichen Schildwertes als Schattenschaden zu. Und Leute, das hatten wir als Tank, war mega geil, aber jetzt sind wir Schorke. Jetzt können wir das Schild aufbauen, in Verstohlenheit zu einem Boss schleichen, und den dann damit weg-one-shotten oder so. Da, Fork, wie krass. Das haben wir hier, Ablenken heftet Sprengladungen an Ziele, die nach 10 Sekunden explodieren, 8200 Feuerschaden verursachen und sie für 3 Sekunden betäuben. Was ist diese Reihe? Also scheiß auf Phantasma, aber wie krass ist das beides? Oh, oh, und dann stellt euch vor, ihr heftet erst mit Ablenken die Bomben dran, dann wartet ihr, bis sie kurz vorm Auslaufen sind, timet das Schild exakt so und dann, boom, die ganze Ebene explodiert, der ganze Turm stürzt zusammen. Ich finde aber instabiles Fleisch, gerade mit Hinblick auf die Paktfähigkeit, ein bisschen spannender, vielleicht können wir Ablenken nochmal ziehen, weil die Kombination, die wäre ja der Übershit. Oh mein Gott, Maurice, Danera, Saludchen. Ich schaue an dem Tag nach der Arbeit mal rein, gehe nicht davon aus, dass die Login-Server laufen, hoffe so am vierten Tag mal reinzukommen. Pre-Patch war ja auch drei Tage nicht spielbar. Ja, aber gut, da hatten sie auch nicht so eine endlos lange Testphase, sage ich mal, wie gerade, ne? Deswegen, ich bleib guter Dinge, aber sich schon mal auf das Schlimmste einzustellen, ne, das schadet dann hinten raus, ja auch nicht. Immer müde, Hallöchen. Da haben wir eine schöne, große, offene Kammer, da können wir das gleich mal probieren mit unserem Schild. Also ob das, in Verstohlenheit generell funktioniert, oder halt auch nicht. Kann natürlich sein, dass sie sagen, ne, ne, ihr müsst schon Infight sein mit den Mobs, aber das hoffen wir jetzt einfach mal nicht frech, wie ich bin. Problem ist halt, ich habe mir das ein bisschen geiler vorgestellt, weil die stehen natürlich schon relativ weit auseinander, aber ich sage mal, für unseren Test sollte das jetzt reichen. Pass auf, wir absorbieren hier die Seele noch mit rein. Ist der Pre-Patch schon on? Einige hängen schon so lange in der Warteschlange, ne, die wissen gar nicht, was passiert ist. Aber ja, der Pre-Patch ist schon länger on, nur das Pre-Event noch nicht, ne? So, wir haben jetzt 10 Sekunden uns zu positionieren. Müssen natürlich aufpassen, wegen den Hundis, aber vielleicht kann ich den ja in eine Kopfnuss packen. Ne, kann ich nicht. Shit, Verstohlenheitsexperiment gescheitert. Boom. Aber die Explosion ist trotzdem durchgekommen, also klar, logischerweise, aber das müssen wir dann gleich nochmal probieren. Dann muss ich vorher die Hunde aus dem Weg räumen, dachte, wir können vielleicht dran vorbeikommen oder es hält lang genug an, aber nein, so ist das manchmal, Freunde, so ist das beim Ausprobieren, ne? Ganz traurig, aber ihr habt es gesehen, der Schaden, der Schaden von der Explosion, der ist schon mal sehr, sehr lecker. Und so, ihr habt das Ding von Rostfeder bekommen, ja, GZ. Nice, oneself, hallöchen, was ist sonst noch so geiler? Soll ich von Daniras fragen? Die Essensfotos von Daniras in der Regel, die sind immer sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Da wird es mich auch nicht wundern, wenn irgendwann im Hintergrund dieser Typ von dieser super geil Werbung zu sehen ist und der bei Daniras immer zum Essen eingeladen ist oder nicht eingeladen ist und trotzdem kommt. So mache ich das immer, wenn es irgendwo gutes Essen gibt, ne? Einfach zufällig vorbeikommen, sagen, ey, sehr essen am Start. Das war früher bei Alf auch immer so. da gab es ganz, ganz viele Anfangsszenen, wo der gute Nachbar, der gute Trevor Ogmonik dann vorbeikam und Alf sich verstecken musste und der dann dachte, das Zusatzfrühstück, was eigentlich für Alf war, ist für ihn, hat er sich dazu gesetzt, einfach mitgegessen. Mega nice, da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Einfach bei den Nachbarn reinkommen und sagen, och nice, ja, Alter, extra für mich mitgedeckt. Herrlich. So, wir hoffen mal, dass wir demnächst nicht so eine super hohe Hundequote bekommen und dass wir, dass wir dann dieses Verstohlenheits-Kaboom-Experiment nochmal richtig durchziehen können. Das wäre super. Wollte gerade sagen, nie wieder Mechagon, aber das Thema hatten wir ja schon. Mechagon ist niemals zu Ende, ne? Du kriegst zwar dich aus Mechagon, aber Mechagon nicht aus dir. Du weißt, hier sind schon wieder Hunde. Das ist, das ist nicht sehr nett. Das ist Cybermobbing von Blizzard. So kann ich doch das nicht richtig testen, was ich hier möchte. Hört mal, das gibt's doch nicht, weißt du. Sagen sie immer, testet bitte, testet dies, testet das und dann darf ich's nicht so testen, wie ich will. Ich mieses, verwöhntes Einzelkind, ne? Und dann noch Schorkenspieler, ja, das sind die Besten. Alpha, Bester, auf jeden höre ich heute noch ganz gern zum Einschlafen. Gibt's zum Glück auf YouTube alle Folgen. Ihr seid immun gegen bewegungseinschränkende Effekte und eure Bewegungsgeschwindigkeit ist um 15% erhöht. Lecker. Domi, Hallöchen. Oder das Talent Nachtpörscher, das war zweite Reihe, ne? Dann können wir Trickbetrug noch nehmen. Fähigkeiten, die Verstohlenheit benötigen, können auch 3 Sekunden danach noch eingesetzt werden. Okay, bewirkt außerdem, dass Androssen 80% mehr Schaden verursacht und keine Abklingzeit hat, wenn die Fähigkeit aus der Verstohlenheit heraus und innerhalb von 3 Sekunden danach eingesetzt wird. Oder erhöht in Verstohlenheit und 3 Sekunden nach dem Verlassen der Verstohlenheit eure Crit-Chance um 50%. Yo, dann nehmen wir das doch mit und nehmen jetzt hier schön noch Bonus-Crit, Leute. Geil, der Meister-Assassine. Da sehe ich mich. Zwar eben komplett alles verschissen, was ich ursprünglich geplant habe, aber so ist das manchmal. Damit muss man klarkommen. Da muss man sich arrangieren. Oh, bei der Patrouille können wir das mal testen. Pass auf, da testen wir das jetzt mit unserem Verstohlenheits-Kaboom, nenne ich es mal. Jetzt laufen die andersrum. Oh ne, schnell. Wir haben, wir haben doch keine Zeit. Hier war auch noch eine Falle. Oh Gott, it's a trap, Leute. Aber, die Falle, die rechnet natürlich nicht mit unserem Element der Überraschung. Achtung. Achtung. Yay. Es geht. Wie geil. Oh mein Gott. Wie der eine noch so geguckt hat und sich dachte, hä? Steht da ein Schorkel, der mich gleich one-hitten wird? Nee, nee, Günther. Das ist nur das Licht hier in dem Raum. Das sind nur diese Nebelschwaden. Boom. Ey, das geht in Verstohlenheit. Wie cool ist das? Wie cool ist das bitte? Da heute Gameabend mit den Jungs ist, gibt es nur gesundes, saftiges Schnitzel vom Kalb mit Röstkartoffeln, die leicht in Butter geschwenkt wurden und angelasierte Zwiebelchen. Dazu köstlichen Kartoffelsalat, dann heraus. Da würde es mich wirklich nicht wundern, wenn ein besagter Typ vorbeikommt. Ah, schön. So muss das sein. Gestern kam das WoW-Kochbuch an und meine Frau, die so gar nichts mit WoW anfangen kann, hat auch mal durchgeblättert. Jetzt sagte sie vorhin, dass sie am Wochenende da was draus backen will. Der Anfang ist gemacht. Sehr gut. Man muss nur wissen wie, ne? Habe ich mich jetzt eingesperrt? Nein. Ach. Das Tor kann man deaktivieren. Ich hatte jetzt Schiss, das ist meine geile Verstohlenheits-Böller-Taktik, dass die jetzt dafür gesorgt hat, dass der ganze Raum verpackt ist. Aber nein, man kann die Tore einfach manuell hoch und runter fahren. Was für eine perfide Falle. Das ist wie so ein Escape-Room hier, nur viel schlimmer. Grutzelchen. Hallöchen. Wird ihr Torgast mittlerweile nicht zu viel? Nö. Du, ich level ja auch in jedem Add-on so 40, 50 Chars auf Maximalstufe. Könnt jetzt mit dem nächsten weitermachen. Mach ich ja auch. Deswegen auf gar keinen Fall. Und das hier ist ja nun ein Feature, was so unglaublich individuell ist. Da könnte ich noch 100 Runs mit jeder Klasse machen und dann vielleicht langsam würden sich so viele Elemente so krass wiederholen. Aber solange das nicht der Fall ist, wirst du mich in Torgast finden. So. Bam, Junge. Da kommt die Giftwütze wieder. Sehr geil. Dann kriegt ihr noch einen Knochenstache. Obwohl bei der Hand war das jetzt fast Kategorie Total Wasted. Dann ist der schon mal hin. Und dann ist der auch schon mal hin. Sehr nice. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir auch diesen Kollegen, vor allem jetzt mit einem schönen verstärkten Schild hier, aus dem Leben böllern können. Und den müssen wir ja auch in eine Kopfnuss packen können, oder? Pass auf. Bam. Können wir uns hier schön hinstellen und warten, liebe Leute. Warten. Noch schöne fünf Sekunden. Und warten wir ab. Der Countdown. Gesundes neues Jahr. Bam. 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 Einfach mal Half-Life weggescheppert. Hahaha. Geil. Jetzt schön übers Zusatztalent hier. Bonus-Krit. Boom. Knochenstachel noch mit rein. Hätten hätte ich vielleicht mit anfangen können. Er macht Rückzug. Komm da mal raus, sonst kriege ich doch meine Zelle nicht. Komm mal um die Ecke, bitte. Komm mal um die Ecke, damit ich dich um die Ecke bringen kann. Sehr schön. Das hat geklappt. Junge, einfach halbe, halbe Lebensleiste weggeböllert, ne? Richtig, richtig fett. Ich mag das. Was haben wir hier? Mythos der Schattenklinge. Toxischer Rausch. Wieder Zusatztalent. Oder Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Oder mehr Phantasma. Toxischer Rausch. Oder Inbrunst. Finish-Moves haben eine Chance von 20%. Pro Combo-Punkt euer Tempo. 20 Sekunden lang um 2% zu erhöhen. Bist du fünfmal stapelbar oder ausbluten? Na, das beschleunigt unsere Blutungseffekte. Ja, nehmen wir den mit, oder? Noch ein Bonus-Talent, Leute. Zack, nehmen wir Inbrunst noch mit. Und Inbrunstig, wie ich bin, gehen wir jetzt auf die Loot-Ebene. Yay! Geile Sache. Habe in ICC HC jetzt clear. Jetzt noch NHC, paar wenige. Und Wodka ist fertig. Bin auch schon an den BC-Dungeons dabei. Aber da gibt es wirklich einige räudige Dungeons. Und auch einige, die wieder spezielle Drops in HC haben. Oder Extrabosse. Zum Glück habe ich viele Twings, ja. BC war schon teilweise sehr speziell. Da brauchte es ja ganz früher dann auch noch hier einen Schlüssel. Da einen Schlüssel. Und da noch einen Charakter, der das irgendwie aufmachen konnte. Und HC und Normal und Quest und nicht. Alter. Das war, boah, sehr verwirrend. Aber zu BC war ich zum Glück so ein mieses Hunter-Kiddy, dass ich sogar zu schlecht für Hero-Dungeons war. Und mich nur aufgrund meiner damals sehr süßen Stimme in Raids zu Kara und Co. einschleusen konnte. Und darum habe ich da, oh no, zum Glück sowieso nicht viel mitbekommen. Diese Kohlepfannen, Leute. Ich muss es echt nochmal sagen. Wenn ihr die seht, passt auf. Weil die Voids, die stunnen euch. Die machen Schaden. Und die positionieren euch um. Und wenn ihr dann mehrere davon habt, dann kommt ihr in eine Void rein. Die portet euch in die nächste, in die nächste. Und ihr seid tot. Das ist so unglaublich ekelhaft. Wow, Mann. Da oben sind wir zum Glück sicher. Und wir sind ja auch unterwegs. Psycho, Hallöchen. Grüße. Was machst du eigentlich, wenn du die 50 erreicht hast? Also nicht Level oder Alter, sondern 50 Chars. Ja gut, dann ist Shadowlands da. Dann steht die 60 an. Keine Ahnung. Ich war wirklich noch nie so durch mit Leveln, dass ich echt gesagt habe, okay, jetzt bin ich total fertig. Ja, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Vermutlich würde ich dann mit den Chars mehr T-Mock farmen oder vielleicht den ein oder anderen besser equipen. Aber kann ich dir nicht genau sagen. An dem Punkt war ich noch gar nicht. Dexeros, drei Monate. Dankeschön. Wir haben Blitzstaub. Eure Angriffe haben eine Chance, einen Blitzschlag abzufeuern. Das ist hier Kategorie wie der Arcan-Blitz. Verschwinden verringert die Abklingzeit aller anderen Fähigkeiten um 15 Sekunden. Oder wenn wir einen neuen Gegner angreifen, werden wir geheilt. Wir nehmen Blitzstaub mit. Sehr geile Geschichte. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Leider nicht den Ablenken-Bonus. Da hätte ich jetzt sehr doll Bock drauf gehabt. Die Abklingzeit von Schattenschritt ist um 5 Sekunden verringert und die Fähigkeit erzeugt einen Kombo-Punkt. Interessant. Vergiften verursacht 25% mehr Schaden. Finish-Moves erhöhen den Schaden eurer nächsten Kombo-Punkte erzeugenden Fähigkeit um 100%. Was haben wir hier noch? 3% Tempo. Nehmen wir noch mit. Und 3% Meisterschaft. Ja, das war doch als Ausbeute ganz okay. Hat sich schon mal gelohnt vorhin die... Die, die, die... Wie heißt es denn? Die Diedelmaus. Ne, die Phantasmasachen mitzunehmen. Geile Nummer. Gorla, Kalüle. Wir haben... Ruhelose Onyx-Gioden. Schattenschritt. Gewährt euch für 3 Sekunden Mante der Schatten, Entrinnen, Finte oder blutrote Fiole. Okay, wenn man Bock hat, bei den Dev-CDs ein bisschen rumzugämbeln, na, dann ist das das Talent eurer Wahl. Oder... Verderbnisantenne. Eure Angriffe haben eine Chance, euer Ziel zu verfluchen und ihm im Verlauf von 8 Sekunden 3.444 Schattenschaden zuzufügen. Ist auch wieder so ein allgemeines Talent, was alle Klassen, alle Specs bekommen können. Wie die Linse, wie der Blitzstaub. Die kann man auch aufsummieren. Die können super mächtig sein. Wir haben jetzt schon 3 davon. Oh, lecker. Sehr, sehr lecker. Okay, Ebene 4. Bin gespannt. Bisher läuft ja sowas von entspannt. Der Wahnsinn. Und ich denke, dass wir hier noch ein bisschen mit Fleischformung jetzt arbeiten können, mit unserer nice Explosion. Altonas, hallöchen. Grüße dich. Auch wenn wir den Raum zum Beispiel zusammen pullen. Da sind bestimmt ein paar ranzige Range-Mobs dabei, aber auf die scheißen wir einfach. Da können wir dann verschwinden ziehen. Pass auf, ich gehe jetzt hier hin und dann machen wir so einen kleinen Big-Pull seinen Vater und gucken mal, ob das was wird. Oder ob das kacke wird. Kann auch immer sein, dass es kacke wird. So, ihr kommt mit. Ihr kommt mit. Jawohl. Ihr kommt auch noch mit. Und von euch. No, da ist es schon kaputt gegangen. Nein. No. Okay. Wir haben einen getötet. Einen haben wir bekommen. Shit. Ich war zu greedy. Nee, zwei. Da ist noch einer. Seinen Bruder haben wir auch noch mit weggeböllert. Damn. Ich habe es verschissen. Ich war zu greedy, Leute. Denn das Schild explodiert ja, wenn es ausläuft. Und das kann halt auch passieren, wenn es eben kaputt gemacht wird. Und genau das war eben der Fall. Und alle waren noch zu weit weg von uns. Sad life. Müssen wir am nächsten Mal ein bisschen besser timen. Ein bisschen anders machen. Ein bisschen anders strukturieren. Bam. Knochenstacheln für euch. Das sind Melee-Mobs. Da müssen wir aufpassen. Genau, dass sie uns mit ihrem massiven Heap nicht gleich aus dem Leben böllern. Aber das hat ja sehr gut funktioniert. Und da haben wir im letzten Stream schon gesagt, der massive Heap, der ist jetzt noch deutlicher dargestellt. Es gibt jetzt nicht nur diese leuchtende Wolke in Schlagrichtung der Mobs, während sie casten, sondern auf dem Boden sind auch noch mal ein paar Punkte, die quasi die Fähigkeiten-Range zusätzlich noch mal anzeigen. Alter, wie viele Sachen hier brocken. Die Blitze, die Arcanschläge. Oh mein Gott. Wir leben gerade so von den Random-Effekten, die wir mitgenommen haben. Komplett geisteskrank. Und du auch noch einen Knochenstachel. Dann kann die Ratte schön in Ruhe ausbluten. So, da sind noch drei. Da sind auch Vasen. Ja, ich glaube schon. Wir machen hier oben ein bisschen Clear Sun Rare. Nö, das ist auch eine normale Wache. Wie langweilig, hör mal. Oh, die Blitzschläge. Schön in die Phrase hier. Zack, Knochenstachel. Du noch einen. Du noch einen. Sehr schön. Noch mal vergiften. Haben wir ja auch gerade den Schaden erhöht. Auch das kann man pushen, wenn man ganz viel Glück hat bei so einem Run. Dann kriegst du halt, dräuft sich mal hintereinander vergiften. Macht 25% mehr Schaden. Dann gehst du rein, baust einen Kombo-Punkt auf, ziehst vergiften und die ganze Ebene krepiert. Gefühlt. Shorka Main. Sandor. Nur im PvP, du weißt. Okay, hier gibt es so gar nichts Interessantes, außer einen miesen Hund. Den Böllern war eben weg. Da kam sowohl wieder Arkan-Blitz als auch Blitzschlag dazu. Es ist so geil, ne? Diese Zusatzeffekte. Ich mag das ja. Erzähle ich auch immer wieder ganz gerne. Das ist meine erste richtige Raid-Zeit. Damals dann mit Erwachsenen, ne? Zur ICC-Zeit. Da gab es so viele schöne Schmuckstücke. Ich muss es wirklich so sagen. Ich habe überlegt, wie formulierst du es? Aber nein. Es waren so viele geile Effekte. Oder die T-Bonus-Effekte, ja? Wo die Magier dann über Stäbe und sonst was noch Spiegelbilder und Valkyren und so beschworen haben. Sogar die Waffen hatten ja irgendwelche Effekte. Und das war so geil. Da bin ich so Freund von. Und ich mag das auch heute noch bei Schmuckstücken. Wenn die richtig was auslösen, ja? Und dann leuchtest du nicht nur orange und dein Crit-Wert ist erhöht, sondern du beschwörst irgendeine Schlange oder was auch immer. Das finde ich so mega. Und ja, das war eigentlich auch schon der Kommentar dazu, ne? Deswegen freue ich mich auch hier bei all den Effekten. Welche böllern wir denn jetzt weg? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir gönnen uns die Kollegen dort und hoffen, dass mein Schild jetzt ein bisschen länger hält, dass wir ein paar mehr zusammenkriegen, bevor das jetzt explodiert. Boom! Und möglichst alle mit in den Tod reißen. Jawohl, die Dicken halten noch ein bisschen mehr aus, aber jetzt auch nicht nennenswert. Ne? Yoshi da! Hallöchen! Grüße dich, grüße dich. Hier haben wir auf jeden Fall eine Animazelle. Das ist geil. Ich würde ja nach wie vor super gern meinen Ablenken-Bodus ziehen, aber der wird mir nicht gegönnt, Leute. Mit Schlangenbeschwören kenne ich mich aus. Mhm. Der Mann ist Jäger-Man, Leute. Er darf das so sagen. So einen Knochenstachel rein, einfach für die Lulz und dann jetzt schön vergiften, Junge. Jawohl, wir müssen bei den Milis, wenn wir da jetzt keine coole, ich sag mal, Paktkombination oder keinen geilen Proc mit an den Tag legen, dann kriegen wir es schon auch in die Fresse, ne? Ich meine, ich könnte auch einfach den Rinnen und so ziehen, aber wäre ja langweilig. Wir haben Miasma, wenn wir Kreaturen angreifen, werden wir geheilt, also jeweils, wenn wir uns eine neue gönnen, oder Sturmzyklus Peridot. Beim Verursachen von Naturschaden besteht eine Chance, euer Ziel mit Sturmzyklus zu belegen, was auf unbestimmte Zeit, auch mega interessant, alle eine Sekunde 344 Schaden verursacht. Und wir haben als Schorki ja Naturschaden über unsere Gifte und auch über Blitzschlag und so, was wir hier geskillt haben. Nehmen wir das mal mit. Noch mehr Dots. Und wenn der dann tickt, dann können die Ticks auch wieder was auslösen. Und boah, es ist so krank, wie hier alles aufeinander aufbaut wieder beim Schorken. Es ist herrlich. Und das hier ist, glaube ich, die längste Ebene der Welt. Da drüben ist noch ein Rätsel mit einem Rare wieder, wenn ich es richtig sehe. Draußen geht es dann auch nochmal rum. Da ist bestimmt auch noch ein Rare wieder unten in diesem Kabuff-Häuschen, bevor wir dann da drüben wieder reinkommen. Boah, Junge, diese Ebene, ne? Diese, diese Ebene. Da ist noch eine Seele, die können wir befreien. Das ist super. Denn die Seelen, die geben uns sehr schön Bonus auf unseren Mainstead pro Seele. Einen ganzen Prozent klingt auch erstmal lame, aber wir haben schon 10 befreit. Das ist die 11. Das summiert sich also auch sehr schön auf. Du fällst um. Oh, und die Ratte hatte erst gar keinen Bock. Und auch hier könnte man wieder, wenn wir wirklich alle Bonus-Effekte im Hinterkopf haben, könnte man da auch sehr schön wieder kombinatorisch rangehen und dann erst die Ratte töten. Denn wir haben ja den Effekt, dass die explodieren, dass die dann Schaden macht. Über den Schaden können wieder andere Effekte ausgelöst werden und so weiter und so fort. Okay, wir haben, wir haben ein Rätsel. Kann ich den? Wait. Freunde, Achtung. Konzentration. Eins der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Boom. Manchmal muss man erst in Ruhe gucken, bevor man alles wild und wüst anklickt. Jo, okay, das kann auch schwerer ausfallen. Ist zwar schwierig, aber es geht. Heute bin ich mal wieder in Laune, ein Devils-Döner für dich. Einfach immer wieder geiles Streams, sehr unterhaltend. Dir und uns allen ein wunderschönes Weekend und viel Gesundheit. Auf jeden, Daneraz. Ich danke dir für deine Donation. Vielen, vielen Dank. Oh, jetzt hätte ich natürlich meine Volksfähigkeit mal ziehen können. Und natürlich auch für deine lieben Worte. Leute, bleibt gesund. Habt ein schönes Wochenende, sodass es euch nicht ergeht wie diesen miesen Geist, der keine Chance hatte gegen den Puzzlemeister. Er hatte nie eine Chance. Monra, auch dir vielen Dank für 18 Monate. Danke, danke. Krass, ne? Also, ich biete dann vielleicht auch sehr, sehr teure Seminare an, wie man so ein krasser Puzzle-Overlord werden kann, wie ich. Aber auch nur vielleicht. So, Rare Mobs haben in der Regel einzigartige Bonuseffekte dabei. Wir haben den unsteten Heuler. Entfesselt während des Kampfes in zufälligen Zeitabständen ein unkontrolliertes Heulen. Dieses Heulen fügt Gegnern innerhalb von 20 Metern 173 Schattenschaden zu und unterbricht das Zauberwirken. Oder ihr werdet während des Kampfes in zufälligen Zeitabständen unkörperlich, was den erlittenen Schaden für drei Sekunden um 99% verringert. Ganz ehrlich, da wir doll aufs Maul kriegen, finde ich instabile Form gerade viel geiler. Weil der Hunger mit diesem Heulen, mit diesen 20 Metern, ich glaube, da pullen wir teilweise Sachen dazu, die ich eher nicht so feiern würde, könnte ich mir vorstellen. Deswegen nehmen wir mal diesen Death-Bonus an der Stelle mit und haben hier dann, glaube ich, sehr gut aufgeräumt. Jo. Und das bedeutet, wir können hier jetzt rausgehen und pulle ich hier auch wieder zusammen. Oh, das ist schwierig. Da vorne sind halt wieder miese Hunde, ne? Pass auf, dann zerlegen wir eben die Hundegruppe da vorne. Und dann gönnen wir uns die wieder mit unserer Fleischformung, mit unserer Schild-Explosion. Das ist der Plan. Soweit die Theorie, Freunde. Kommen wir zur Praxis. Oh, und die Praxis sieht gut aus mit der Giftfütze. Geil. Und seien wir ehrlich, untoter Schorke. Oder wir hatten früher zu den guten alten BC-Vodekat-Zeiten so übergangen. Meine Anfangszeit, da hatten wir auch zwei untote Schorken, die dann immer mit T6 und Gleven und der guten Mungo-Verzauberung auf eben jenen richtig nice Sturmwind terrorisiert haben. Ja, die kannte man dann sogar mit Namen, haben immer Duelle gemacht und so. Und das waren so die überkrassen. Und untoter Schorke, das ist halt, das ist halt ein Muss, ne? Das muss man einfach mal gemacht haben. Ein paar Arten, Junge. Wie geil. Und auf Wiedersehen. Und natürlich, da ist sie wieder. Die Giftfütze, wenn keiner mehr lebt. Was ist eigentlich die Chance genau? Giftbombe. Eine Chance von 4 Prozent. Achso, pro verbrauchtem Kombo-Punkt. Okay. Ja, ist jetzt trotzdem nicht die Welt, ne? Sind dann 20, wenn es gut läuft, aufsummierter Weise. Mathe-Abi, Leute, ihr wisst Bescheid. Aber, habe ich mir geiler vorgestellt. Beim Rare, 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 Rare. Wo wollte ich denn hin, gerade? Mit einem W. Der Rare Mob, Lul. Da hat alles auch geprockt, ne? Da war auch dieser Sturmperidot und so mit drauf. Das war geil. Brabus, drei Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay. Gucken wir mal hier. Da ist oft auch noch ein Rare Mob drin. Hier ist manchmal noch eine Höhle. Aber ne, da ist nur schönes, warmes Licht, was aus dem Turm dringt. Hör mal, das ist bestimmt das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer des Jailers. Da hat er so eine schöne Baby-Lampe, wo sich so ein paar Schiffe und Teddybären drum drehen. So sieht es da nämlich aus im Hause, Jailer. Auf die Ratte scheißen wir mal. Da ist echt ein Rare drin. Und es ist nicht derselbe. Wir hatten ja auch mal einen Run. Da ist hier dreimal derselbe Rare Mob hintereinander gekommen, ne? Das war auch sehr interessant, dieser Run. Dann verbreiten wir ein paar Gifte. Verbreiten wir noch ein paar Knochenstacheln. Wir dodgen hoffentlich, jawohl, den Schlägen, indem wir die Gegner einfach vorher töten. Und dieser Sprung, der ist nicht so geil. Wobei seine Freunde helfen ihm gar nicht, ne? Und nahen ihm. Ach, jetzt. Okay, ich wollte gerade sagen. Seine Freunde werden ihm doch vermutlich helfen. Aber sah erst nicht so aus. Sie wollten sich ein bisschen bitten lassen. Das ist okay. Okay, Leute, also mich soll das überhaupt nicht stören. Hier noch ein paar Arcan-Blitze für dich. Der macht auch gar nichts weiter, als uns zu fesseln. Was super ekelhaft sein kann, wenn wir jetzt weitere Mobs hätten, die diesen fetten Smash nach vorne machen. Ja, wenn wir da nicht rauskommen, holla, dann schlagen die uns aus Torgast und höchstwahrscheinlich aus dem ganzen Addon raus. Ne? Dann müssen wir wieder, keine Ahnung, Cutter spielen oder so. So heftig kritet das dann rein. Fantasy, dankeschön, für vier Monate. Danke, danke. Kleiner Tipp für alle. Vielseitigkeit um drei Prozent. Jawollo, dann können wir noch mal ein bisschen was snacken und den Tipp gerade lesen. Die älteren Content ablaufen, um dort Erfolge oder Sachen zu farmen. Es kommt hin und wieder vor, dass ihr bestimmte Mobs auf eine gewisse Prozentmarke hauen müsst, um Questfortschritt zu bekommen oder bestimmte Fähigkeiten zu triggern. Einige setzen dabei darauf, sich komplett auszuziehen und wenn das nicht reicht, noch den Wiederbelebungs-Debuff zu holen. Es gibt aber noch eine Option. Falls die oberen nicht reichen, gibt es noch das Spielzeug Ganzkörperschrumpfer. Okay, und auch, kann ich gleich noch einen Zusatz mitbringen, das Spielzeug Schaumstoffschwert. Ja, und das Schaumstoffschwert, das macht super marginalen Schaden. Ja, und da kann der Gegner nicht von getötet werden. Und der Schrumpfer, der hat dann sicherlich denselben Effekt. Der zieht alles so weit runter, die Körpergröße wie auch euren Schaden, dass ihr damit dann auch solche Quests in Netersturm gibt, zum Beispiel sowas. Wenn man den Meister der Lehren der Scherbenwelt machen möchte. Ja, und da kann man mit diesen Items sich dann sehr gut helfen. Dankeschön für diesen Hinweis. So, warte, bevor wir in den jetzt engagen, laden wir aber nochmal unser Schild auf. Das soll schön den Kaboom-Böllerschaden wieder mit reinsetzen. Jawollo. Und dann hoffe ich, dass der nicht fiert, sonst ärgere ich mich gleich wieder, dass ich meine Volksfähigkeit nicht mit drin habe. So, Blutung mit drauf. Knochenstachel mit rein. Zack. Dann ziehen wir noch schön zwei Hexen hinterher. Und dann wird er gleich durch die Explosion auch nochmal so aufs Maul bekommen, Junge. Zack. Da macht er nichts mehr. Oh, aber wenn wir... Guckt mal, die Void, die wächst, ne? Wenn wir hier nicht aufgepasst hätten in diesem Raum, dann wäre der Raum sehr schnell vollgeschissen gewesen. Und das ist unangenehm. Verlängerte Skelettarme erhöht die Reichweite von automatischen Angriffen um 10 Meter. Oder immun gegen Stille und Unterbrechungseffekte. Äh, ja, also das bringt uns als Schorker ja gefühlt gar nichts, ne? Ja, aber das irgendwie auch nicht. Erhöht die Reichweite von automatischen Angriffen. Naja, wenn wir dann wegrennen wie gerade und gerade nicht rankommen an den Caster und auch nicht schnell Schatten schritten können oder so, ja, dann können wir zumindest auf Range beim Ausweichen immer noch ein bisschen zu pieken. Gifte und Prox generieren und so, ne? Schaumstoffschwert ist Ehre, ja? Ist sehr gut für die offene Welt. Ah, funktioniert nicht bei Bossen. Seht ihr deswegen dann dieser Zusatz mit dem Schrumpfer? Ja, Maveritt, dankeschön. Wir nehmen das mal mit. 10 Meter. Bin sehr schlecht im Schätzen. Hier so maybe? An der Kante? Immer noch nicht? Aber wir... Ah, hier. Ab hier. Der Rainshorker ist geboren, Leute. Der Rainshorker ist zurück. Der Rächer. Der Gerechten und so weiter. Zack. Knochenstachel. Boom. Vergiften. Ah, nice one. So muss es nämlich sein. Ist jetzt nicht die Welt. Ja, Autotecs sind cool, aber ohne Fähigkeiten ist jetzt fürs Feeling auch nicht so krass. Aber wie vorhin beschrieben, um sowas zu überbrücken, kann das doch ganz cool sein, bilde ich mir eine. Raymond. Hallöchen. Meine Frage an alle. Wenn ich jemandem die digitale Epic Edition von Shadowlands schenken will, kann ich das ja einfach über den Shop machen? Sind dann die 30 Tage Spielzeit ab meinem Kauf gültig? Oder muss der Beschenkte das erst mal aktivieren? Und ab dann zählen die Tage. Das ist eine verdammt gute Frage. Kann das jemand beantworten? Hat das jüngst jemand festgestellt, wie das ist? Das kann ich dir nämlich nicht genau sagen. Aber das weiß bestimmt wer. Man beschenkt sich ja gegenseitig sehr gern mit Addons, gerade jetzt Richtung langsamen, anfangende Weihnachtszeit. Kleinfinger. Hi. Wir haben ein Hebelrätsel. Dann wollen wir die Mechanik mal, Freunde, Achtung, aushebeln. Oh! Oh, das... Leute. Rätsel und Timing Main einfach. Was? Was? What? Okay. Gerne wieder. Top Ebayer. Obleron-Stacheln. 3% Bonus-Grid. Oder während Fleischformung aktiv ist, ist unsere Beweglichkeit um 8% erhöht. Kann ganz geil sein, aber wir haben Fleischformung jetzt ja, ich sag mal, zu Ungunsten dieses Effekts eigentlich verändert. Deswegen nehmen wir mal 3% Crit noch mit. Geil. Soll das als Stand-Up-Comedian auftreten? Ja, ich hätte zumindest immer genug Tomaten. Könnte mir immer schön abends Salat machen. Gontor. Hallöchen. Grüße. Geschenke müssen immer erst angenommen werden, bevor irgendwelche Counter laufen. Also dürfte das erst zählen, wenn er das Geschenk angenommen hat. Okay. Dankeschön. Für die Info. So. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Rain-Shinies dabei. Wir probieren trotzdem unsere Fleischformungstaktik, um möglichst viele hoffentlich direkt effektiver Weise in den Untergang zu reißen. So, Hundi auch noch dabei. Sehr schön. Ja, der Hundi war nur leider ein bisschen langsam. Der miese Hund, Leute. Aber das ist halt so schlimm. Denn wir haben trotzdem nur noch diese beiden netten Herren. Dann kriegst du noch einen Knochenstachel. Verblut ist langsam. Und dir widme ich mich ganz, mein Freund. Mit einem weiteren Vergiften. Und natürlich wieder die Giftpfütze. Nicht während wir fünf Mops bekämpfen. Sondern während wir dem einen Grad den Todesstoß geben. Ich kann auch verstehen, dass Schorken mit der Zeit einfach komplett wahnsinnig werden. Ja. Komplett von vorne bis hinten. Um Gottes Willen. Alter Don, Hallöchen und Doradin mit 31 Monaten und einer bestimmt nicht gekauften Botschaft. Dankeschön für deinen Support. So, diese Tür könnten wir jetzt aufmachen. Das ist auch interessant, wenn man in einer Gruppe drin ist. Dass man den Schorken zum Beispiel hier durchschleichen lässt. Sodass er dieses Tor öffnen kann. Und dann muss man außen gar nicht rum. Muss man auch wissen, ob es das einem dann wert ist. Weil da wäre der Rare und noch ein Haufen Phantasma-Vasen. Was nicht alles. Ja, all solche Sachen. Das muss man dann in der Gruppe oder für das eigene Spielverhalten klären. Aber dadurch, dass man manche Fallen dann aushebeln kann. Beziehungsweise auch solche Tore öffnen kann. Ja, ist das, denke ich, eine ganz coole Möglichkeit. Auch gruppentechnisch hier ein bisschen zu variieren. Nicht nur was dann die Möglichkeiten angeht. Sondern auch im Vorfeld zu gucken. Mit welchem Twink komme ich mit oder so. Oder wie baue ich jetzt meine Torgastgruppe, um hier ein bisschen was zu probieren. Und hier einen Speedrun zu machen. Oder was auch immer. In Shadowlands wurden wieder zwei alte Bekannte gefunden. Zwei der berühmtesten Todesritter. Das Sarian und Koltira treten in Shadowlands auf. Während sie in der Leveling-Geschichte keine große Rolle spielen, sind sie in der Hauptstadt Oribos zu finden. Und diskutieren über die aktuelle Führung und ihre Vergangenheit. Super interessant. Denn so ähnlich gab es ja eine schöne Questreihe mit den beiden in den westlichen Pestländern. Und da haben wir, glaube ich, Andorhal war es zurückerobert. Und da gab es sowohl auf der Horden- als auch auf der Ali-Seite ganz, ganz tolle Informationen über das Leben nach dem Tod. Über die neue Situation in den Fraktionen, in denen sie sich ja wiedergefunden haben. Ja, und sehr cool. Freue ich mich. Bin ich gespannt. Slice Taylor. Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Sag mal, wie geht das mit diesem Twitch Prime? Also du musst einfach dein Amazon und dein Twitch-Konto verbunden haben. Und dann kannst du quasi auf Twitch einmal im Monat deine Lieblings-Creator kostenlos abonnieren und damit supporten. Ist im Grunde ganz einfach. Und kann immer ein bisschen dauern. Wenn man das zum ersten Mal verbindet, ja, dann dauert das manchmal ein bisschen. Aber ansonsten kann man das so machen. Wie zum Beispiel Stunnen vor allem. Weißt du, ich bin Schorko und kann Stunnen nicht aussprechen. Dankeschön. Stunstriker, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. So, dann hauen wir hier da auch gleich mal rein bei dem Kollegen. Hoffen, dass Bässe. Blutung mit drauf. Gift-Fützen-Prock. Ehre. Unser Schild explodiert dann gleich auch. Ohohoho. Yo, ey, was da alles geprockt ist, ne? Junge. Junge. Gesios. Hallöchen. Grüße. Wir haben, wir haben einen weiteren Bonus. Ein weiteres Talent bei Egelgift. Wir haben den Eletium-Knebel. Und bei Eletium könnt ihr euch immer direkt merken, ähm, wie diese Bonus-Effekte auch immer was Negatives mit sich bringen. Ja, so, die sind in der Regel sehr geil, aber haben auch immer so eine Schattenseite. Eure Fähigkeiten klingen 25% schneller ab, doch euer verursachter körperlicher Schaden und hervorgerufene Heilung werden um 75% verringert. Und 75% verringerter körperlicher Schaden gibt es bestimmt einige Schorken-Koryphäen, die dann nur mit Giften und Magic-Schaden und so das perfekt benutzen können. Aber ich bin definitiv keiner von denen. Dann nehme ich lieber noch einen Dev-Punkt hier mit. Ähm, Flüchtigkeit. Finte verringert zusätzlich für 5 Sekunden euren aus allen Quellen außer Flächeneffekten erlittenen Schaden um 30% oder von der Schippe Gimpen. Ja, dann nehmen wir das doch mit. Das kenne ich. Damit kenne ich mich aus als super Schorkenspieler. Da kenne ich mich sehr gut mit diesem Talent aus. War Andorhal und Sylvie war verkleidet da, um den guten Koldira zurechtzurücken. Da hatte die noch Zeit für sowas, ne? Kostümiert erstmal alle beobachten. War eine sehr coole Questreihe auf jeden Fall. Sehr empfehlenswert. Auch mit Hinblick auf diese ganzen Todesgeschichten jetzt auch mit anrückendem Shadowlands. So, da will ich auf jeden Fall mit dem Schild gleich reinspringen. Da müssen wir die 10 Sekunden mal noch warten. Da hinten sehe ich schon das Ausgangsportal, aber das ist bestimmt nicht ganz so leicht zu erreichen, wie ich mir das gerade vorstelle. Gibt es kein Zeitlimit mehr im Turm? Gab es meines Wissens nach auch nie. Kann sein, dass du auf manchen Ebenen, auf höheren elitären Ebenen, dann Rare Mobs oder Mechaniken hast, die dich dazu zwingen, schneller zu werden. Die dann umso länger du den Elite-Mob nicht tötest, deinen verursachten Schaden verringern oder deine Bewegungsgeschwindigkeit oder so. Aber auf Zeit war ich hier gefühlt noch nie drin, tatsächlich auch in der Alpha nicht, muss ich sagen. Kann aber auch mit Spielereien auf höheren Ebenen zu tun haben. Was du hast, ist ein Todeslimit. Wenn du das knackst, dann kommt ein böser, großer Elite-Mob, der dich hier rausschmeißt und dann hast du die Arschkarte gezogen. So, Fleischformung. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt wieder ganz gut hinhaut oder ob wir langsam an unsere Grenze stoßen mit dieser schönen Schildmechanik. Kommt mal hier zusammen, Freunde. Ja, sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Yo! An was für Grenzen stoßen wir, Freunde? An gar keine Zollfrei haben wir die zerledert. Und nochmal aufblähendes Futter verbessern. Da machen die explodierenden Schlundratten noch mehr Schaden. Sag mal, du bist ja unser Lore-Meister. Was würdest du eigentlich mal von einem Video halten, wo du das Endergebnis des Krieges zwischen Horde und Allianz darstellst? Also, wer wo gewonnen hat. So gab es ja auch viele Schlachten, von denen wir... Random Ratte, boom, die will das neue Talent zeigen. Nice. Viele Schlachten, von denen wir so gar nichts mitbekommen haben. Sieh die Mission vom Missionstisch. Die Idee kam ja, als ich nochmal den Trailer für BFA gesehen habe, wo die Karte langsam rot bzw. blau wurde. Wäre bestimmt schön zu wissen. Das stimmt. Das stimmt. Allerdings müsste ich mir das dazu auch alles nochmal angucken. Das habe ich alles auf jeden Fall auch nicht spontan parat, muss ich leider gestehen. Deswegen kennt ihr mich auch als faulen Hund. Und Missionsrecherche, vielleicht hat Wowhead eine Übersichtstabelle oder so von allen. Ist eine echt coole Idee. Ja, gerade so als Add-on-Abschluss und so. Echt cool. Aber müsste ich mir angucken, wie echt aufwendig das wäre für dann ein Ergebnis von, ich sag mal, einem Satz. Ja, so von wegen, hier haben unsere Follower das und das gemacht. Aber allgemein die Missionsbeleuchtung in dieser Hinsicht so als Abschluss, ja. Nur das quasi ohne ein größeres Ganzes und eine Einordnung, die dann ja nahezu automatisch schon erfolgt, ne. Wenn man mit wichtigen Charakteren und deren Namen jongliert. Das ist eigentlich auch so. Alleinstehend ist eine sehr coole Sache. Also, ja, Dankeschön für diese Idee. Kann man auf jeden Fall mal im Hinterkopf haben. Waxpacks, drei Monate. Dankeschön. Zwergischer Lord mit 15 am Start. Und Suidane mit 14. Vielen, vielen Dank. So, wo gehe ich denn jetzt am dümmsten lang? Hör mal. Oh, okay, wir haben nur einen Weg. Ich hätte schwören können, da drüben war es gerade noch offen. Aber mein Kopf war ja auch gerade im Missionstisch, ne. Da kann einem das manchmal so vorkommen. Okay, da ist ein Hebel. Da geht es wieder außen rum. Na gut, dann hebeln wir hier erstmal alles so ein bisschen auf und gleichermaßen aus. Und hoffen dann das Beste, würde ich sagen. Zack. Einmal auf die Türe. Oh, hier haben wir auch mal noch eine Quest, seht ihr da? Mit einer guten Maldraxxus-Tante. Ich behaupte mal jetzt, dass das eine Tante ist, weil in der letzten Zeit waren die alle weiblich. Morias, die Rote. Jawollo. Haben wir Glück gehabt, ne. Erstmal kurz die Skelettsoldaten durchgendern. 2020 wieder kritisch getroffen. So, ich glaube, hier benutzen wir wieder die Fleischformung. Das sieht nach einer sehr, sehr günstigen Gelegenheit aus. Dann nehmen wir euch mit, weil ihr seid ja auch Mili-Mobs hier schön rüber. Und da ist gar nichts drin, oder was? Macht mein Schild kaputt jetzt, ihr Schweine. Kommt schon. Haut mich. Schlagt mich. Jawoll. Geil, das ist so, so schön. Und hier ist einfach nichts, oder was? Sie haben rein gar nichts bewacht, außer eine Ratte. Das war bestimmt eine ganz, ganz fiese Ratte. Frecherheit. Erstmal Abo und Neuladen. Man kennt ihn. So muss es nämlich sein. Ich such dir mal ein paar Quellen raus. Mavrid, das wäre natürlich ein absoluter Obertraum. Wenn du sagst, du, das interessiert mich auch selber. Ich finde da mal was. Und dann kannst du ja gucken, wie das aussieht. Da ist natürlich eine ganz feine Nummer dann. Das Ergebnis des Krieges ist doch schon längst bekannt. Horde gewinnt und Ali wird ein neues Hunter-Pet. Ja, aber das hat die Hälfte halt nicht mitbekommen. Und dann müssen wir denen das erzählen. Also generell wurde ja vieles geklärt, auch wer die Kriegsfronten gewonnen hat und so weiter und so fort. Aber das sind eben wirklich alles Faktoren, über die wir uns dann wieder so ein, zweimal im Stream unterhalten. Die aber natürlich dann einen Großteil der Spieler schafft, die dann auch am liebsten, ich sag mal, die kürzeren Lore-Videos und jetzt nicht jeden drei Stunden Beta-Stream-Talk-Mitschnitt gucken. Ja, also die kriegen das dann gar nicht mit und freuen sich dann natürlich auch, solche Informationen dann abschließend zum Add-On aufsaugen zu können. Die vergesse ich manchmal, muss ich so sagen. Wenn wir ganz viele Sachen im Stream schon ewig geklärt haben mit Old God und Zitaten von Ilginos und Bezüge und Turalyon und Armee des Lichts und Jailor und Uralten und Ersten und Ursprünglichen und Elun und so, ja. Und dann kommen irgendwie Leute rein und sagen, ey, hast du das und das schon gesehen? Und ich denke so, ja, das haben wir doch die letzten 700 Wochen gefühlt jeden Tag durchgesprochen. Ja, aber nicht jeder guckt halt immer jeden Stream, man, ja. So, könnte ich manchmal selber so auf den Hinterkopf hauen. Und ja, dann vernachlässige ich das so ein bisschen, obwohl es eigentlich wichtig wäre, nochmal ein extra Video dazu zu machen. Deswegen ist das ein guter Gedanke, den Malverit da gerade hatte, ne, in dieser Hinsicht. Oder ich mache einfach Videos, wo ich immer sage, Leute, guckt jetzt neun Stunden Stream-Mitschnitt, dann wisst ihr alles. Kommt nur, glaube ich, nicht so gut an. Und deswegen, ja, muss ich mich manchmal selber dran erinnern, ne, dass diese kleinen Zusammenfassungsvideos logischerweise sich dann auch schnellerer und größerer Beliebtheit erfreuen und einfach besser sind für die Leute, die dann auch nicht die Zeit haben, stundenlang Twitter zu scrollen und Entwicklerinterviews zu lesen und noch hier ein Buch und da ein Buch und, ja, muss ich, wie gesagt, dran denken. Harry, Hallöchen, endlich zockst du die richtige Klasse, ne, nur zocke ich sie halt an sich falsch, aber zumindest die Klasse passt. Großartig, oder? So, Handrude ist am Start. Ich glaube, die kriegen wir ganz gut mit dem Dolchfächer kaputt, oder? Da müssen wir jetzt nicht irgendwie groß rumprobieren. Vielleicht kriegen wir ja sogar einen Giftfützenprock. Mal sehen. Naja, vielleicht jetzt wirklich am Ende, ne, wenn alle schon tot sind. Ne, nicht mal dann. So, ich wollte nämlich gerade hier durchlaufen, die zusammen pullen und dann hier bei diesen Ranges jetzt hoffentlich mit dem Schild... Jo, genau, also, was ich den Plan überhaupt erkläre, ne? Wenn es läuft, dann läuft es doch. Richtiges Internet in Deutschland. Ja, Omega-Lull an dieser Stelle, oder? Breitbandausbau, Glasfaser. Was sind das für kosmische Wörter? Ich kenne sie nicht. Niemand kennt sie, so wie es aussieht. No, all meine Einstellungen wurden resettet. Oh mein Gott, wie hart bin ich bitte dezett gerade? Sogar schnell plündern es raus. Wenigstens meine Aktionsleisten sind geblieben. Alter, kennt ihr das? Das habe ich im, ich sag mal, richtigen WoW auch manchmal, dass man so hart dezett, dass erstmal sämtliche Addons auch gar nicht mehr klarkommen und so. Also, unangenehm, Freunde. Sehr unangenehm. Nochmal, Ratten explodieren oder wenn wir neue Kreaturen angreifen, werden wir geheilt. Machen wir mal. Und wir haben Knöpfchen gefunden und können Knöpfchen befreien, aber auch unsere Begleiterin. Ähm, ist irgendwie nicht mitgekommen und ist da hinten stehen geblieben. Die hat auch immer noch DC. Das Maldraxxus-Internet scheint auch nicht ganz so gut zu sein. Hello? Wo kriege ich jetzt meine, meine Belohnung? Oder kriege ich sie maybe gar nicht? Knöpfchen steht auch noch da. Hallo? Okay. Ich glaube, wir dürfen einen Bug reporten, Leute. Ähm, weil das sollte natürlich nicht so sein. Wir hauen die beiden Eumel mal noch um. Dann gucken wir, ob noch was spawnt. Aber ich glaube, das ist anders gelaufen als Blizzard das geplante. Fredon, dankeschön für deinen Shearing, Alter. Ja, vielen, vielen Dank. Das habe ich manchmal im richtigen Leben, dass ich so hart DC'le, dass alles weg ist von den letzten Zeitdagen. Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch noch, muss ich sagen. Dann habe ich Kopfauer, Knolle. Was ist heute mit dem Timing, oder? Der Wahnsinn. Dankeschön, Kopfauer. Danke, danke. Ja, und unsere gute Begleiterin hat gar keinen Bock. Und ich gucke noch mal bei Knöpfchen, aber wir haben keine... keine Zelle bekommen. Nö, Knöpfchen freut sich. Aber das war's. Kloa, dankeschön fürs Testen, Lul. Wie war das? Mit F6 können wir direkt einen Bug reporten. Sehr schön. Nach einem Disconnect blieb der Mob am Ort des DCs stehen, bewegte sich in keiner Form weiter und beim Beenden des Ziels in Klammern Knöpfchen befreien, spawnte keine Anima-Zelle zur Belohnung. Punkt. Nice. Okay. Submit. Yeah, Leute, wir sind voll die erfolgreichen Beta-Tester. Wir haben einen Bug gefunden. Nur deswegen kam der DC, ne? Aus Testgründen. Mal Draxnet Error 404, genau. Okay, dann gucken wir mal, ob unsere lustige Böller-Schorken-Taktik auch bei diesem netten Herrn noch funktioniert. Bin ein bisschen sad, dass wir das Ablenken-Talent nicht noch bekommen haben. Aber was nicht ist, kann er bekanntlich noch werden. So, Knochenstachel mit rein. Ja, wir können CDs ruhig nochmal reinziehen, ne? Wir werden bestimmt gleich auch nochmal in Ruhe schön shoppen können hier. Noch ein Vergiften drüber. Junge, diese Explosion. Es ist so nice. Erhöhtes Phantasma. Oder generell ein bisschen Phantasma. Oder wenn wir Phantasma looten, bauen wir ein Schild auf. Wir nehmen mal den gewöhnlichen Bonus, weil wir werden jetzt auf der Boss-Ebene einfach nichts mehr zu looten haben. Wenn du dich nicht einmal ausloggst, wenn du Tasten belegt hast, EDC, wird es nicht gespeichert. Dementsprechend ist es resettet, ne? Ja, muss mal die Torgas-Notfallnummer anrufen. Hilfe, ich bin stecken geblieben. Wir brauchen die gelben Engel, ja? Vom Schlund. Da kommen dann diese schlundgebundenen Kyrianer und haben dann so mit Fingerfarben ihre Flügel gelb angemalt und retten uns dann aus diesem Datenstau. Großartige Sache. Okay, was haben wir hier Schönes? Wir haben auf jeden Fall noch zwei Extrazellen. Das ist super. Wir haben rote Tinte. Oh, erstmal hier nochmal Vergiftenschaden um 25% pushen. Euer tödliches Gift belegt das Ziel zusätzlich mit Rotem Tintengift, wodurch es 30% zusätzlichen Schaden durch eure Gifte und Blutungseffekte sowie 474 Naturschaden im Verlauf von 12 Sekunden erleidet. Erstmal geil, Bonus dort. Und dann auch natürlich wieder super, super geil, weil durch unsere erhöhte Auto-Attack-Range und die ganzen Sachen, die procken können, bedingen wir das auch wieder, ja? Oder Abklingzeit der blutroten Fiole verringern. Gut, 5 Sekunden alleine jetzt wieder nicht so geil, nehmen wir das Zusatzgift, ne? Aber auch das kann sich alles wieder aufsummieren, wie auch gerade bei unserem Vergiftenschaden, ne? Mega fresh. Little Moon, 32 Monate. Dankeschön. Das STGB sagt, dass 32 Notwehr ist. Dieser Sub musste also sein. Dankeschön. Auch ein Bio-Hasi für das Abo. Wir haben, toll, wieder Phantasma-Schild oder generell Phantasma. Von mir aus können wir den anderen noch kaufen. Und, ey, was waren das? Das waren die beschissensten Zellen, die wir, glaube ich, jemals hatten. Oh mein Gott, okay. Dann können wir jetzt noch hier Fiolenabklingzeit verringern. Nehmen hier noch die Stacheln mit und von mir aus gönnen wir uns auch den Trank noch. Und nur für die Statistik, pass auf, nur für die Statistik nehmen wir jetzt noch die Volksfähigkeit mit rein. So, jetzt kann uns keiner mehr was. Jetzt möchte ich noch einen wunderschönen Mob, der kein riesiger Steingolem ist als Boss. Yo, damit kann ich richtig gut leben. Outsider, Hallöchen. Das sollte geil werden. Pass auf, Fleischformung. Und dann gehen wir dem jetzt richtig auf den Sack, Leute. Oh, der wird seine Eier nicht wiedererkennen. Oh mein Gott, ein schöner kleiner blauer Tornbeutel wird das. Wir müssen nur aufpassen. Ja, wegen dem Charge wollte ich sagen, da sollten wir jetzt gucken, dass wir wieder rankommen. Nervösen Finger auch am Schattenschritt, aber not even needed. Blutung drauf, Schild explodiert gleich. Vendetta mit ticken lassen, sehr schön. Knochenstachel ist auch drin, den Fallen weichen wir aus und dann ziehen wir mal in drinnen noch mit rein hier. Einfach, dass wir uns jetzt keine größeren Sorgen machen müssen. Mit Schattenschritt schön hinterher und vergiften. Jawohl, mit der Pfütze. Preisfrage, können wir ihn stunnen? Können wir sogar, das ist super. Wenn er dann kurz davor wäre, aus einer Giftpfütze rauszuspringen oder so, dann könnten wir das auch entsprechend unterbinden. Blutungen erneuern. Knochenstachel müssen wir uns jetzt überhaupt nicht drum kümmern. Ich weiß nicht, das werden dann erfahrene Schurken sicherlich rausfinden oder mit der Zeit sagen können, ob es sinnig ist, diesen Knochenstachel, den wir ja auch auf Range werfen können, nur zur Überbrückung zu nutzen oder aufgrund der, ich sag mal, wenigen Energiekosten, ja, ob es dann Sinn macht, ihn wirklich auf Abklingzeit zu halten, um schnell Kombo-Punkte zu generieren, aber an sich, lässige Nummer. Ja, Gefäß voll Asche, das bestimmt für unsere Quest. Nein, das ist ein Pet. What? Ein Aschemampfer? Oh, es ist eine Ratte. Oh, sie ist ganz schön groß. Der Aschemampfer. Manchmal ist es ratsam, mysteriöse Kreaturen, die ihr in seltsamen Gefäßen in den Tiefen von Torgas findet, einfach in Frieden zu lassen. Nein.